An der Wand hat der Kapitän eine Einparkhüfe. Das ist so ein viereckischer Kasten. Und da wird angezeigt, da kommt jetzt ein Pfeil mit einem Strich. Je näher sich die Maschine nähert, desto weniger kürzer wird der Strich, bis es ganz aufhört. Und das bedeutet für den Kapitän, dass er dann Stopp machen kann. Dann wird auch Stopp angezeigt und dann, nachdem die Maschine steht, kommt ein OK in Rot. Das ist die Kommunikation Kapitän mit der Vorfeldkontrolle. Und die Asiana, die besucht uns jeden Tag um diese Zeit einmal via Frankfurt, der Flughafen. Einmal von Seoul und in zwei Stunden geht es nach Seoul wieder zurück. Nicht, dass wir eine Dauerwelle kriegen, natürlich. Okay, ich habe meine Haare gestern Abend, es leid. So, jetzt werden die Bremsplötze, die sind schon dran. Und jetzt wird die Maschine an ein externes Stromnetz angebunden. Erst dann kann der Kapitän dann die Motoren ausschalten, denn er braucht ja noch Strom für die Hydraulik. Denn die Türen müssen noch aufgehen, die Passagiere müssen noch aufsteigen und er braucht ja noch Licht an Bord. Also es hängen so viele Prozesse hinten dran, ne?